Wie viel sind wir jetzt? Sechs, ne? Hä? Ja, hab ich schon gesehn ... Nein! 75% genießen die Ruhe, alter. Gut, ne? Ich will gut, ey. Könnte ich gar nicht nachvollziehen. Soll ich wieder zuhaar? Absolutely good, Fra! Okay, klar. ja wie wär's denn wenn ich dich jetzt einfach mal das ist doch einfach belassen es mal ein 1 gegen 1 machen wir kommen mit alles da komm her bist du denn ja toll super nein ich schieße ja nicht wir stellen uns jetzt hier drauf jetzt zuerst ist einfach so dass wir leben dass wir leben können jetzt aber schießen die regeln sind 321 okay ich zähle bis 3 1 2 3 warte ich zähle ich zähle bis 3 1 2 3 wir machen jetzt wirklich wir machen jetzt wirklich wir machen jetzt wirklich klar wir machen jetzt wirklich klar 321 okay klar ist es glaube ich nicht die eier zu schießen schon wieder wirklich die eier nicht hat sich nicht weil ich dachte so ich würde ich höre ich habe dann von chantau alter ich hab das die leiche gesehen hat aber ich nicht gewollt er sticht mich schon wieder auf der leiche an weißer kann mein mate doch nicht töten und den türkei server zumindest können klar für den türkei server türkei server genau ich glaube ich habe auf jeden fall nichts mitbekommen spätestens dann hätte ich auf jeden fall klug geballert ich bin natürlich einfach wieder in das ist geil weil ich war die letzten runden immer traiter der kurs der schwimmt bei mir kappa ja ich komm hier nicht weg ey chantau ich find es mal gut dass wenn man parry das hat immer durchgegeben die meiste zeit immer an die sticken bleibt ja es ist halt wirklich so damit du nichts kaufst du kleiner chantau ist es chantau hat ein messer chantau hat ein messer chantau ist es chantau schießt auf mich chantau schießt auf mich ich bin tot der hat ein messer wo bist du was war das mit dem alles klar bin dann mal weg das hast du chantau gemacht ich hab nicht chantau gemacht das ist klar ok klar war es nicht oh mein gott hab ich mich gerade erschrocken als du den gestand ich hab nicht mit chris ich hab nicht mit chris dann ist es chris ärgerlich Joga hab ich mich erschrocken für loch Alter macht er einfach die kipps zu oh geil hab ich mich erschrocken Joga geh die Tür einfach zu mal wow ey der klick dir mal auf mich gesagt ich dreh mich nur um und seh wie der da rumgebückt rennt und zusticht ich hatte kein messer ne hab ich nicht vor allem während der auf mich schießt der hund ne 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 hab ich nicht na gut dann bin ich schon aufgeflogen ja kannst froh sein dass ich so ein schlechter Schütze bin ne 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 Irgendjemand drückt hier gleich E Ihr müsst nicht töten, um mir vorbeizukommen Das ist natürlich scheiße Ich bin bei Klor und bei Chantau Drück mal bitte einen Traitor und eine E Oh mein Gott, Klor ist es Ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt, alles cool Alter, Chantau, wir haben ihn gemacht Den Noob Klor, du bist so low Also Chantau Klor, ich bin Klor, ich bin Chris Chris? Dann ist es Klor Klor ist es, alles klar Chris redet nicht, du bist es Und du callst Chris und Chris redet auf einmal nicht mehr Ja, ja, kurzer ist es Du elende Drecksau Da ist er, ja, der ist im Leuchtturm Nein, ich hätt' ihr fest Du Eglette Bam Das war so klar, wenn Chris dann auf einmal nicht mehr redet Dann ist direkt klar, was abgeht Du bist zum dritten Mal heute Vor allem, du warst ein Trader, da hast du dich nicht weggemacht, warum nicht? Ja, weil ich die Ionenkanone hatte, Mann Hä, aber die ging doch gut in die Tür rein Ja, die krieg ich in die Tür rein Ich verstehe gar nicht, Klor, warum du nicht einfach E gedrückt hast Du hättest doch einfach unten E drücken können, Klor Werdet doch beide gestorben Standen wir da drauf? Alter ey, ich geh erst noch auf der Hohre und der sagt so Nein, komm mal nicht hier hoch Ihr werdet, ihr werdet da beide weggepusht Es gibt da sowas, das nennt sich Style Points Style Points? Meinst du etwa meinen MLG-Flick mit der Schrotflinte in deinen Schädel? Ich hab mir noch extra rumgehüpft und so, damit ich nicht von dir klicken Richtig schön in den Kopf Ey, das ist, ey, boah, ich hasse dazu sehen Okay, das kam zu künstlich, das kam zu künstlich Oh, ja, aber schon, um da rein, wir waren so 100%ig, der Prick ist es doch Ja, der Prick, diese Runde ist es triss Irgendwie hat er auf mich geschossen, Alter Warum soll ich denn da rein? Warum gehst denn du nicht da rein? Weil du mich erschießen willst Geh du mal rein, Klor Warum will Klor nicht da rein? Nee, muss ich ja nicht, muss ich ja nicht Ich steh hier draußen Du musst die Tür zu und den Hebel drücken Drück den Hebel da drücken, wenn es grün ist, bin ich's War's erst grün? Ist grün Wo ist denn Chantau und so? Ey Es geht ab, einer ist drei Perfekt Hallo Hallo Ähm, ich glaube tatsächlich, Chris ist es Klor Chris, was? Klor Ja, Chris ist es Großer Hey, warum schießt du auf mich, bist du bescheuert? Nein, Chris lebt noch Der muss noch neben, hast du den gekillt? Ich bin's nicht Ohne Scheiß, ich bin's wirklich nicht Ja, der kommt nicht her Ja, ist okay Klopp, klopp Oh, Scheiße Nein Das ist jetzt natürlich ein bisschen Unluckypanda Ja, wir hätten das Boxing, Boxing Pass mal durch Oh Gott Was war da bei Chantau los, hä? Äh, ich hab dir, gerade hast du nicht den Kopf retten, äh Ich wollte eigentlich werfen, das Messer, aber das ging leider nicht Ich glaub, hoch geht das nicht, so easy Klick, 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 klick Klammer auch gut, Junge, ich mach die Tür wieder auf und knall einfach direkt wieder ab, ey Vor allem, wenn keiner hört, oh Gott, ich bin tot Ja, hört halt keiner Ja, sieh mal, hat der ein Klicken voll laut gehört Alter, wie du da auf dem... Ja, ich hab einfach so E-Mails, mal sagen, ob die linke Maustaste gar mit all die Tür war Boah, ich muss pissen wie so ein Esel, ey Ich stell mich einfach ins Wasser, dann sieht's keiner Alles klar, Perica hat das Wasser gepinkelt Das ist ja wie im Schwimmer, im Sommer Im Sommer, hä? Richtiges Sommerviel Kannst du sagen, hä, machst du das etwa nicht beim Duschen? Erstmal schön ein Ei legen Nee Schön mit der fernlichen Abfluss Boah, ist eklig Das ist das Widerlich Oh, da können wir mir richtig vorstellen Der Chris drückt dazu richtig durch den Abfluss durch, ey Oh, ein richtiger Widerling Wir bleiben jetzt hier drin und machen hier Action Würde ich sagen, ey Oh mein Gott Ähm Action, Action! Also hier ist jemand gestorben auf jeden Fall Hier war auch ein Twitter dabei, Chris war's Identifiere dich zu viele Leute Stadthausen Wo ist denn der dritte? War da noch einer? Alles klar, der im Turm snipert auf mich Hä? Der im Turm, aber hier, ich sniper nicht auf dich Wo bist du überhaupt? Irgendeiner hat mich abgesnappert Ah, ich weiß nicht Du hast Full AP, Alter, oh Ja, ich hab ja nicht gedacht, dass er getroffen hat Das will ich ja nicht noch Er hätte einen viel schreckhafteren Ton gesagt Okay, er war's nicht Hast du gerade wieder jemanden weggeklickt? Ähm, entweder, warte, entweder ist es Obwohl, ne, warte mal Peric is, du bist es Claire, oder? Nene, er hat auf mich mit geschossen Bist du denn? Lass uns mal, lass uns mal verbinden Ja Alter Ja, fuck, ich dachte halt, Chantalus ist aneck Die sind jetzt alle gestorben Lass mal ein bisschen Action machen Ah, der Chris, Alter Ich bin einfach implodiert anscheinend Ich bin einfach implodiert anscheinend Nee, du bist, du bist im Wasser, what the fuck? Ja, du bist aus dem Haus ins Wasser geflogen Hä, what the fuck? Ja Ich denk nur Ich seh nur, ich Ich wollte ihn eigentlich zu mir loggen Aber irgendwie war er schon hinter mir leider Vor allem seh ich nur noch ein helles Licht Und dann fliege ich auch weg Dann hätte ich eh nicht gezogen, Krutzer Mit deinem, lass mal verbinden Wann sagst du, willst du mal sowas? Du warst Traitor, Claire Ist ja schon klar, ne? Was? Du warst Traitor, du musstest ihn töten Ja, aber Krutzer sagt ja sowas wie Lass mal verbinden, er wollte mich ja zu ihm loggen Und die klicken schon, ja, alles klar, gut davon wegen, ey Yo! Boah, Alter Gibt's? Gibt's? Also ich geh jetzt schon, äh, ich geh jetzt Kler einfach hinterher Wo ist der Chris? Ah, guck mal, Chris Ich brauch ne Waffe, ich hab keine Waffe, Mann Kler ist im Traitor, ähm, Dings, Netau 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 Hä? Ich hab nicht geschossen Da kommt der Kler Kler ist im Netau Irgendeiner schießt Na, Kler? Kommst nicht raus? Guck mal, der Kler will weg, der will kaufen Haha Guck mal, der Kler, die alte Drecksau Alter, das war ziemlich knapp, schau Kler, guck mal Kler, tu mir mal einen Gefallen, wir machen jetzt den ultimativen Test Okay Komm mal mit, komm, nee, komm mal mit Komm, bleib hier unten Bleib hier unten Bleib hier unten Kler ist es Hä? Alles klar, klar Warum? Was denn? Weil Kler sagt, er kommt und rennt auf einmal weg Aber was ist denn los? Was ist denn los? Komm mit Irgendjemand schießt auf dich, Kler Naja, was ist denn der Test? Hier, ich schieß das hier auf und du gehst rein Ja, wir gehen beide rein Wir gehen beide rein Wir gehen beide rein Wir gehen beide rein Was passiert, wenn wir da rein gehen? Stell dich hier rein Stell dich hier rein Stell dich hier rein Doch, wir können Ich hänge Ich hänge Ich hänge Ich hänge Ich hänge Ich hänge Alter Ich hänge Ich hänge Ich bin fest Dafür muss ich die Großer ist Großer ist Großer ist das ding geht einfach zu und ich hänge in der wand fest ich denke ja natürlich ja schön christ ich nicht der beste sind immer christ ist immer traiter aber macht immer so richtig ja ich weiß ja nicht dass irgendwie so ein codewort ist für deine schläferzelle zieht er direkt die reißleine fackelmann grillzang mit nikki lauder hast du das gesehen schon hast du das gesehen das messer muss doch irgendwo hier liegen also ich habe jetzt ein messer ist das fabric neu okay wenn wir gemessert werden ja aber ich habe mehr so nichts kann mir passiert weil ich habe mehr ich habe voll bock einfach weg zu knallen weil du das besser wenn du vier minuten jetzt einfach eine auf wasser oder oder der panda ist der panda hat den christ getötet ich bin sie warum bist du dämlich und kommst mit dem messer im innerzug gelaufen alter nee alter dann komm ich jetzt weg ach schluss sorry aber das ist einfach nur mit taten er ist raus rechts oder links vom zogen äh vor direkt davor ist jetzt links runter ins wasser boah wuhh hab dich wie der panda einfach christ auch wieder ich weiß nicht ich guck gerade so ein traitor menü was ich mir kaufe ja ich guck so was ich mir kaufen will auf einmal habe ich nur war ein bisschen unlucky mit klar der ist leider weggerannt auf einmal da bist du einmal traiter alter und dann verrannt sich dazu ich merkte er sticht zweimal zu dann merkte er scheiße ich treffe ihn nicht mehr dann wirft er es auch so voll verzweifelt leider ging es nicht in deinen kopf da habe ich den 10 score das ergibt doch gar keinen sinn ich habe doch die runde davor ist hier noch ein ding ist nicht im kliff aber auch mit 26 macht überhaupt nix hier so klar je mehr umso schlechter klar wir haben jetzt hier spaß im raum wenn wir warten wollen wir machen muss schießen oder was nein nein so was machen wir nicht ey ich bin übrigens ein inno ach du auch bitte macht mich nicht weg nein nein bitte ich bin es nicht das ist die christian hat glaube ich ihn weggemacht Tantau schießt doch mich Tantau was Tantau ist gerade gestorben Tantau ist gerade gestorben Tantau ist gerade gestorben ja identif einmal ich habe ihn gekillt ok also ok 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 anonym ok 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 ak ok 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 incom aros ok ok Ja, schießt auf mich, keine Ahnung, Claire, du bist echt der schlechteste Auffer überhaupt. Wo ist der denn? Deine Hörer hat auf jeden Fall mir vorbeigeschossen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hatte ich nicht getroffen, also bei mir warst du tot. Ich bin da voll beruhigt weiter geschwommen, weil ich dachte, du wärst tot.